Thornton Nivenwilder war ein US-amerikanischer Schriftsteller. Leben Wilder wurde 1897 in Madison im amerikanischen Bundesstaat Wisconsin geboren. Er war der Sohn eines US-amerikanischen Diplomaten und verbrachte daher einen Teil seiner Kindheit in China. Er begann Theaterstücke zu schreiben, als er Schüler an der Tachaschool war, wohin er nicht recht passte, so dass er von seinen Mitschülern als überintellektuell gehänselt wurde. Einer seiner Klassenkameraden sagte später über ihn. Wir ließen ihn alleine, ganz einfach alleine. Während des Ersten Weltkrieges diente er drei Monate beim United States Army Coast Artillery Corps, einer Artillerieeinheit der amerikanischen Küstenwache in Fort Adams. Dort erreichte er den Rang des Korporals. Danach absolvierte er 1916 1917 Stell einer DK-Sekunde Oberlin College. Auf der Yale University erhielt er 1920 den Bachelor of Arts. Von 1920 bis 1921 besuchte er die American Academy in Rom. Seinen Master machte er in Französisch. 1926 wurde sein erster Roman, The Kabbalah, veröffentlicht. Kommerziell erfolgreich und weithin bekannt wurde Wilder 1927 mit dem Roman The Bridge of St. Louis Ray, der ihm zudem 1928 den ersten Pulitzerpreis einbrachte. Zwischen 1930 und 1937 lehrte er an der University of Chicago. Seinen zweiten Pulitzerpreis erhielt Wilder 1938 für das Stück O.O.R.Town, einen später verfilmten und bis heute gerne gespielten Dreiakter, der in der fiktiven Kleinstadt Grovers Corners in New Hampshire spielt. O.O.R.Town ist das bekannteste Beispiel für Wilders besondere dramatische Technik, die mit einem Erzähler, dem sogenannten Spielleiter, arbeitet. Der gewissermaßen die Rolle des antiken Chors bzw. der Mauerschau übernimmt und durch eine minimale Ausstattung der Bühne die Universalität menschlicher Erfahrungen zu unterstreichen versucht. Den dritten Pulitzerpreis erhielt Wilder für sein Stück The Skin of O.O.R.Tieth. Es wurde 1943 mit Friedrich Mach und Tlule Bankett in den Hauptrollen Uhr aufgeführt. Die Themen entsprechen denen viele anderer Werke Wilders. Krieg, Seuchen, ökonomische Depression und Feuer als existenzielle Erfahrungen des Menschen. Indem die Grenzen von Zeit und Raum ignoriert werden, reichen vier Charaktere und drei Akte aus, um die Geschichte der Menschheit aufzurollen. Während des Zweiten Weltkriegs wurde er zum Lieutenant Colonel in den US. Army Air Forces Intelligence befördert und diente in Afrika und dann in Italien. 1945 schied er aus der Armee aus. Wilder übersetzte Stücke von André Obey und Jean-Paul Sartre. Von 1950 bis 1951 war er Professor of Poetry an der Harvard University. Wilder war nie verheiratet und lebte seine Homosexualität nur versteckt. Insgesamt schrieb Wilder sieben Erzählungen, drei größere Theaterstücke, zahlreiche Einhackter sowie eine Vielzahl kleinerer Werke wie es ist. Drei-Minuten-Spiele und wissenschaftliche Artikel 1957 erhielt er den Friedenspreis des deutschen Buchhandels und 1959 Dekasekunden österreichische Ehrenzeichen für Wissenschaft und Kunst. Ebenfalls 1959 erhielt er die Goethe-Plakette der Stadt Frankfurt am Main. Seine letzte Erzählung, Theophilus North, erschien 1973. Wilder starb am 7. Dezember 1975 in Hamden. Dort ist er auf dem Mount Carmel Cemetery begraben. Werke Nach den englischen Originaltiteln mit Erscheinungsjahr sind jeweils die Titel der deutschen Übersetzungen genannt, soweit vorhanden. Romane The Kabbalah The Bridge of St. Louis Ray The Woman of Andros Heavens My Destination The Eides of March The Eight Day Theophilus North Drehbücher 1934 W. Wilgen 1940 Unsere kleine Stadt 1943 Im Schatten des Zweifels Theaterstücke The Trumpet Shall Sound The Angel That Troubled Waters and I A Place Diese Sammlung umfasst folgende Einokter The Happy Journey to Trenton and Camden O.O.A.Town The Merchant of Yonkers The Skin of O.O.A.Teth The Matchmaker The Alkest Shed or Alive in This One Childhood Infancy Place for Bleecker Street Kompliziert ist die Geschichte der Komödie The Merchant of Yonkers Sie basiert auf Johannes Troys Komödie Einen Jux Will Er Sich Machen Die von Wilder 1954 stark überarbeitet Als I Am A Matchmaker wieder veröffentlicht wurde, der wiederum als Vorlage für das Musical Hello Dolly Diente Die ursprüngliche Quelle aller dieser Werke war der einakte A Day Wels Band von John Uxenford Untertitelung des ZDF, 2020